Transzendiere das Manifeste Universum. Erfahre Dich selbst als höchstes Bewusstsein. Kommentar zum 15. Kapitel der Bhagavad-Gita, Abvers 3. Mein Name, Sukadeh von www.yoga-vidya.de Seine Gestalt, die Gestalt des Manifesten, kann hier nicht als solche wahrgenommen werden. Nicht sein Ende und sein Anfang, auch nicht seine Grundlage und sein Sitz. Nachdem dieser fest verwurzelte Feigenbaum mit der Axt der Verhaftungslosigkeit gefällt worden ist, muss dieses Ziel angestrebt werden, von dem niemand zurückkommt, wenn er hingelangt ist. Ich suche Zuflucht zur höchsten Seele, von der die Aktivität, die ursprüngliche Energie kam, die kein Anfang und kein Ende hat. In den ersten beiden Versen des 15. Kapitels hat Krishna diese schöne Analogie des Feigenbaumes gegeben und hat uns letztlich gesagt, wir sind alle wie die Blätter und die Blüten eines Baumes, alle miteinander verbunden, letztlich alle Geschöpfe des gleichen Baumes. Das klingt so schön und herzwarmend und deshalb habe ich ja beim letzten Mal nach diesen beiden Versen erst mal Pause gemacht, dass du dir das dessen bewusst machst, verbunden mit allen Geschöpfen. Jetzt sagt er, fälle diesen Feigenbaum. Also, du willst über diesen Feigenbaum hinausgehen. So schön es ist zu sagen, oh, wir sind alle Blüten und Blätter des gleichen Baumes. Nein, wir sind nicht Blüten und Blätter des gleichen Baumes. Wir sind Bewusstsein an sich. Da ist ein Baum mit Blüten und Blättern. Wir identifizieren uns mit einem Körper und einer Psyche. Aber wir sind es nicht. Es gilt, verhaftungslos zu sein und darüber hinaus zu wachsen. Dann sagt er, das ist das Ziel. Dein Ziel ist es, über alles Relative hinaus zu wachsen. Nur das gibt dir das, was du wirklich suchst. Bewusst oder unbewusst hat jeder Mensch Sehnsucht nach seinem göttlichen Ursprung. Menschen wollen irgendwo Ewigkeit erfahren. Nicht bedingtes Glück. Menschen wollen alles wissen. Und sie wollen nicht bedingtes Glück haben. Sie wollen nicht bedingtes Sein haben. Deine wahre Natur ist Satjidananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Gib dich mit nichts weniger zufrieden. Und hier sagt er, wie kommst du dorthin? Suche Zuflucht zur höchsten Seele, von der die Aktivität und die Energie kamen, die kein Anfang und kein Ende hat. Also auf dieser Welt, die Welten kommen und sie gehen und sie sind immer wieder im Kommen und Gehen. Scheinbar ohne Anfang, scheinbar ohne Ende. Innerhalb der Welt gibt es kein Ende. Er hat ja mal in den vorigen Kapiteln gesprochen von Kalpas großen Zeitaltern. 311 Billionen Jahre. Nach mancher anderer Interpretation sogar 311 Trillionen Jahre. Eine riesige Zeiträume. Ja, das ist der Anfang. Das dauert so lange ein Schöpfungszyklus. Und nach einem Schöpfungszyklus kommt wieder der nächste. Innerhalb der relativen Welt hört es nie auf. Aber es hört auf für dich. Du kannst mit der Axt der Unterscheidungskraft und der Verhaftungslosigkeit deine Verbindung mit diesem Baum fällen. Und wie kommst du dorthin? Fünfter Vers. Frei von Stolz und Täuschung, siegreich über das Übel der Verhaftung, stets im Selbstweilend, nachdem ihre Wünsche vollständig verschwunden sind und sie frei sind von den Gegensatzpaaren wie Vergnügen und Schmerz, erreichen die Ungetäuschten das ewige Ziel. Also er sagte, mit dem Schwert der Verhaftungslosigkeit kannst du die Verbindung mit der Verhaftung dieser Welt überwinden. Aber hier gibt es noch ein paar mehr Dinge, die wir machen sollen. Frei von Stolz und Täuschung. Und dann die Verhaftung überwinden. Er sagt, frei, siegreich über das Übel der Verhaftung. Und es ist auch wichtig, dass du erkennst, Verhaftung ist von Übel. Du hast Verhaftung an deinen Job, an deine Fähigkeiten, an deine Mitmenschen, an Familie, an Freunde und so weiter. Und all diese Verhaftungen führen zu Problemen. Frei vom Übel der Verhaftung. Im Selbstweilend. Zu deinem Selbstkommen in der Meditation. Nicht von Wünschen abhängig sein. Und frei von Vergnügen und Schmerz. Täuschungen überwinden. So erreichst du das Ziel. Sechster Vers. Dort scheint weder Sonne noch Mond noch Feuer. Wer dorthin gelangt ist, kehrt nicht zurück. Es ist meine höchste Wohnstadt. Also in diesem Höchsten Selbst ist jetzt nicht das Licht von Sonne und Mond, auch kein Feuer. Das reine Licht der Seele. Das ist die Wohnstadt Gottes. Da wohnt, da erfährst du Gott. Dort gilt es hinzukommen. Und wenn du dort mal bist, dann hast du die Sehnsucht deiner Seele erfüllt. Bewusst oder unbewusst willst du dorthin. Du wirst nur zufrieden sein, wenn du das erreichst. Daher strebe danach, es zu erfahren. Und mache alles, was nötig ist, um dorthin zu kommen. Und so erklärt Krishna, wie entsteht eine Einzelseele. Das heißt, Krishna selbst scheint eine Einzelseele zu sein. Ein ewiger Teil von mir scheint eine lebendige Seele in der Welt geworden zu sein. Und dort gibt es dann die fünf Sinne und natürlich den sechsten der Geist. Und so bist du also eine Manifestation des Göttlichen. Und so wie der Herr Gott einen individuellen Körper einnimmt und wieder verlässt, trägt der Wind die Düfte von ihrem Herkunftsort mit sich. Und so ist es letztlich Gott, der in einen Körper hineingeht. Und so bist du letztlich Gott, der sich identifiziert mit einem Körper. Aber Gott will wieder zurückkehren zu sich selbst. Und die Sehnsucht, die du hast nach ewigem Glück, ist letztlich die Sehnsucht deiner selbst nach dir selbst. Die Erfahrung deiner selbst als Purushottama, höchstes Bewusstsein. Neunter Vers Gott waltet über Ohr und Augen, über Tasten, Geschmack und Geruch, wie auch über den Geist, und nimmt die Sinnesobjekte wahr. Ja, darüber kannst du ein wenig nachdenken. Du kannst nachdenken. Du willst zum einen die Verhaftung überwinden. Und zum anderen mache dir bewusst, du als Individuum existierst nicht als Individuum. Als Individuum bist du letztlich das Göttliche, das sich identifiziert mit Körper und Psyche. Gehe über diese Identifikation hinaus und erkenne dich selbst wieder als das Göttliche. Denke darüber nach. Ja, soweit für heute. Mein Name, Sukadev. Hinter der Kamera, Eduard. Ein Vortrag aus der Reihe Vorträge zur Bhagavad Gita. Teil der Reihe Ganzheitliche Yoga-Vidya-Schulung. Begleitmaterial auch zur zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung. Die Bhagavad Gita findest du noch umfangreicher erklärt in meinem Kommentar zur Bhagavad Gita. Bhagavad Gita für Menschen von heute. Du findest diese Bhagavad Gita auch mit umfangreicheren Kommentaren im Internet auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de kannst du eingeben im Suchfeld Bhagavad Gita und so findest du alle Verse der Bhagavad Gita erläutert und rezitiert. Haryum Tat Sat. Gita offizild Vielen Dank.